Wenn du viel mit SD-Karten herumhantierst, weil du zum Beispiel ein Fotograf bist oder auch für andere Anwendungszwecke diese brauchst, kann es wirklich sinnvoll sein, sich eine SD-Kartenhülle zu holen. Dabei gibt es allerdings unterschiedliche SD-Kartenhüllen und wenn es gut läuft, kannst du sogar eine verwenden, die du in einer Form schon daheim besitzt. Denn es gibt ein paar Alternativen, die sind wirklich simpel und dann gibt es natürlich auch ein paar bessere Alternativen, die man auch für unterwegs benutzen kann. Aber schauen wir uns doch zuerst mal die leichte Alternative an, die vielleicht die meisten sogar daheim besitzen und zwar eine simple Box, die du auf und zu machen kannst. Der Vorteil hiervon ist, du kannst deine Micro-SD-Karten, deine SD-Karten, deine USB-Sticks und alles andere einfach reinpacken. Und das ist auch gar kein Problem, solange du nicht unterwegs bist. Denn wenn du unterwegs bist, würdest du die ganze Zeit klappeln, hin und her wackeln und es wäre nicht wirklich gut für die SD-Karten, auch für die anderen Sachen, die da drin sind, nicht. Brauchst du es allerdings nur für daheim, dann kannst du das so wie ich benutzen und ist wirklich praktisch, sieht schön aus und kann man gut verborgen. Dazu hast du vielleicht auch die Option, dass du bereits eine Nintendo Switch besitzt und die hat doch tatsächlich oft noch, die Hüllen, die du dafür holst, einen Platz für deine Nintendo Switch-Spiele. Und das Coole ist, wenn du mal so ein Nintendo Switch-Spiel vergleichst mit einer SD-Karte, fällt dir vielleicht auf, die haben ungefähr die gleiche Größe und auch die gleiche Dicke. Das heißt, du kannst einfach die Slots für die Switch-Spiele benutzen und da auch deine Micro-SD-Karten unterversorgen. Das heißt, wenn du nicht so viele Switch-Spiele hast und auch nur ein paar SD-Karten, ist es eine coole Option, um einen sicheren Platz zu haben, wo sie gut verborgen sind und auch praktisch, um sie raus und rein zu holen. Und je nachdem, was für eine Switch-Spiele du besitzt. Als drittes haben wir allerdings die Option, die ich mir geholt habe, für unterwegs und wenn man das Ganze auch ein bisschen ordentlicher machen will. Denn hier in so einer Box, wo ein kleiner Schaum ist, wo du sie reinmachen kannst, sind die SD-Karten sehr stabil. Das heißt, man kann es so machen und sie fliegen nicht raus. Es ist wichtig, wenn du unterwegs bist, dass da auch nichts raschelt. Du kannst sie natürlich auch für deine Switch-Spiele benutzen, falls es sowas besitzt. Und du kannst, wenn du möchtest, auch andere Sachen reinpacken, wie zum Beispiel eine Micro-SD-Karte. Allerdings, der Nachteil hiervon ist, die werden ein bisschen verborgen. Wenn sie dann drin sind, siehst du sie nicht mehr so gut. Dafür sind sie allerdings immer noch sicher und fliegen nicht sehr rum. Generell kriegst du sowas auch schon für 15 bis 20 Euro. Das heißt, es ist recht billig. Und gerade, wenn du eine große Anzahl an SD-Karten besitzt, dann kannst du hier eine Menge reinpacken. Denn hier hast du acht Slots und die jeweils fünfmal. Also kannst du bis zu 40 SD-Karten einfach hierbei verstauen. Und da hast du schon eine Menge und kannst wirklich viele Fotos oder auch Videos machen. Ich habe dir mal alle drei Sachen unten verlinkt. Aber generell würde ich dir empfehlen, wenn du nur drei bis vier SD-Karten besitzt und so eine Box hast, nimm am liebsten so eine, falls du nicht unterwegs bist. Oder auch so eine Switch-Spiele, die kannst du wirklich immer benutzen, auch unterwegs, wenn du nicht so viele SD-Karten besitzt. Und wenn du das Ganze professionell machst und auch vielleicht ein bisschen mehr sortieren möchtest, ist sowas wirklich cool. Und dann gehen wir mal an! Vielen Dank.